Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde. Be happy. Jo, willst du mich weiter? Wir haben letzte Folge, haben wir die Red Queen fertig gemacht. Die ist ja gerade schon fleißig am produzieren, hoffe ich. In der Automatik-Apiary ist die gerade dabei. Da haben wir sie auch noch reingetan. So, ich hatte gerade mal kurz hier, der Feld wird da leergeräumt, die ist da drin nämlich. Da, da haben wir schon Red Colored Comp. Das Problem ist nur, wir brauchen eine Zentrifuge, um die da rauszuholen, die Sachen. Zentrifuge können wir, glaube ich, noch nicht bauen. Ich glaube, da haben wir zu wenig Bronze für. Deswegen müssen wir uns Richtung den Kupfer- und Tin-Dingern machen. Und ich will eigentlich gleich mal schlafen. Ich muss auch gleich mal gucken, ob wir irgendwo noch Labware kriegen. Dann können wir das auch mit dem Mutatron machen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob wir irgendwo noch Labware herkriegen. Weil wir haben keine mehr. Das wird nämlich sonst schwierig. Genau, das wollte ich eigentlich als nächstes machen. Da brauchen wir aber die Honey-Drops. Und Honey kriegen wir, glaube ich, nur... Modest, Infernal, da brauchen wir nur Mundane, kommt's, okay. Valiant brauchen wir nur Cookies. Monastic. Ender. Oblivion. Embitterate. Attuned. Problem ist nur, wir bräuchten welche, die... Ach, guck mal, können wir auch machen. Kalt hier wird ja auch. Problem ist halt nur, wir bräuchten... Ähm... Ja, das war klar, da brauchen wir die Pollen für und Royal Jelly. Das heißt, die müssen wir sowieso einmal machen. Wir bräuchten... Natürlich jetzt irgendwie... Sachen, wo wir mal eben... Labware herkriegen. Deswegen, da müssen wir mal schauen, ob wir irgendwo Labware herkriegen. Nein. Da brauchen wir nur was Stone für. Das könnten wir auch theoretisch sogar machen. Bringt uns nur gerade herzlich wenig. Wir kriegen, glaube ich, nirgendwo Labware raus, ne? Ne. Hm. Bronze ist klar. Da kriegen wir... Das haben wir schon gemacht. Ja, da brauchen wir Nuggets. Da kriegen wir nur Frames und so. Da brauchen wir Dripping Coms und Stringy Coms. Okay. Da brauchen wir... Mundane Coms. Da kriegen wir die Eldridge. Da kriegen wir Jeans Sample. Das ist uns aber auch relativ... Kackegal gerade eigentlich. Weil wir müssen erst mal irgendwo Richtung... Achso, die können wir ja auch bald abgeben, hoffe ich. Ach ja, das ist nur noch ein Temporary Request. Ähm... Mir hat irgendjemand noch was geschrieben mit... mit den Oakmans. Da sind irgendwo die zwei Eimer dran. Achso. Ah, cool. Dankeschön. Ha! Geil. Ah. Alles klar. Dann haben wir sie durch. Okay. Integrated Redstone Circuit. Redstone Controller. Modular Framework. Und das ist die Servo. Achso. Ach, dafür sind die. Alles klar. Ah ja. Dafür sind die. Und jetzt können wir noch eine Kiste da draufstellen. Dann könnten wir im Prinzip... Im Prinzip könnten wir dann... Natürlich... Hier, ähm... Ach. Ganz viel Cobblestone da rauspumpen lassen. Das wird wir jetzt auch machen... werden. Äh... Mach mal raus. Und du sollst da bitte raus. Dankeschön. Sehr gut. Ah. Sehr schön. Haben wir die eine Questreihe komplett fertig schon. Geil. Problem ist halt... Wirklich jetzt... Wir kriegen natürlich hier die Dinger. Klar. Aber da brauchen wir halt... Eine Zentrifuge. Zentrifuge ist nicht so leicht. Zu kriegen. Leider. Ach ne. Automatik haben wir glaube ich überall dran. Ja. Passt ja dann. Zentrifuge ist nicht so leicht. Da brauchen wir ziemlich viel Bronze für. Du bist durch. Das heißt, du kannst mal da weitermachen. Genauso wie du. Bisschen. Haben wir überhaupt noch irgendwo eine Biene, die wir benutzen könnten? Was haben wir denn hier noch drin? Wir haben die Tricky Princess. Was macht die denn nochmal? Du produzierst nochmal Honey und Skulls. Sollen wir die mal da durchjagen? Sollen wir die mal da durchjagen? Da hinten? Mit Frames. Könnte man die auch mal machen, ne? Ach, dann sind die normale. Kann natürlich auch sein, dass die uns pieken. Oder sonst irgendwas machen. Ach, die haben keine Flowers. Nocturnal. Die Frage ist, was brauchen die? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber wir können mal kurz schauen, was brauchen wir denn für diese hier. Da brauchen wir Cuprum und Stunum. Glaub ich. Gucken wir einfach mal. Copper. Copper Nuggets. Von Magic Beasts, genau. Das kriegen wir. Ach, nicht U. Ja, du. Da. Cuprum. Cuprum kriegen wir aus Industrious und Meadows. Industrious ist ein Problem. Industrious rauszukriegen ist ein Problem. Denn. Soviel ich weiß. Ja. Industrious ist wirklich ein Problem. Da brauchen wir nämlich Common und. Moment, jetzt muss ich überlegen. Diligent und Unvary brauchen wir dafür schon. Unvary. Haben wir nicht Unvary sogar? Ne. Unusual haben wir. Scheiße. Common haben wir. Das heißt, kalt gewertet könnten wir sogar machen. Das wäre nicht das Problem. Problem ist halt, wir haben kein Labware mehr. Das ist schade. Weil mit Labware wird einfacher. Wir haben aber auch keine Diamanten oder sowas. Nein. Können wir das nicht in Nuggets verbauen? Irgendwie? Ich glaube nicht. Wir können natürlich Bronze machen, ist klar. Das weiß ich auch. Nö. Kann man nicht. Doch, wir könnten das wohl mit einer Schmiede. Aber eine Schmiede kriegen wir nicht hin. Hm. Die Zentrifuge brauchen wir. Das Problem ist nur, wir brauchen alleine schon mindestens sechs Kupfer, um das zu machen. Und da brauchen wir nochmal sechs für die Zentrifuge an sich. Deswegen passt das leider nicht. Leider nicht. Wir brauchen unbedingt Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ohne Kupfer haben wir ein Problem. Oder wir müssen tatsächlich hin versuchen, eigene Bienen herzustellen. Das heißt, wir müssten erstmal zu Industrious. Das heißt, wir müssten zu Unvary. Die wir mit Cultivated und Diligent kriegen. Cultivated kriegen wir mit normalen, mit Common. Das Problem ist, wir könnten natürlich, natürlich könnten wir Cultivated selber machen. Indem wir hier Honey abgeben. Da brauchen wir eine Diligent. Die Diligent können wir nicht machen. Die Diligent können wir nicht machen. Okay. Die können wir leider nicht. So. Wir tun mal wieder alles da rein. Diligent können wir nicht machen, weil wir Stringy noch nicht haben. Cultivated und Common können wir machen. Das Problem ist nur, das ist scheiße teuer. Ich finde 128, das ist echt scheiße teuer. So, was haben wir noch für Bienen? Wir haben noch Forest. Wir haben noch Forest. Toll. Wir hatten, hatten wir nicht eine Diligent? Wo ist denn die hin? Also Diligent Donut haben wir, glaube ich, ne? Haben wir die verballert? Verbaut? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Pass auf, packen wir die Jocci hier raus. Die brauchen wir gerade nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben eine Forest Princess und Common brauchen wir für Cultivated. Das heißt, versuch mal. Versuch mal klug, ne? Wir müssen jetzt schauen, dass die irgendwie zu Cultivated gebreedet werden. Schauen wir, ob es funktioniert. So, das kann rein. Das brauchen wir nämlich nicht. Äh, warum haben wir denn die... Hier haben wir die Teile rein getan. Alles klar. Dann kommt die Jocci so lange da rein. Die Tricky funktioniert nicht, weil ich nicht weiß, was die braucht. Nocturnal. Nocturnal könnte Netherwack bedeuten. Theoretisch könnte. Könnte aber auch was anderes bedeuten. Wir können es ausprobieren. Und? Nö. Leider nicht. Das könnte natürlich auch Netherwarze bedeuten, aber das ist eigentlich nah genug. Verdammt. Haben wir denn wo Soulcent? Was ist das hier? Nether Soulcent holen? Das gibt es ja gar nicht. Mal. Den gewaltigen Soulcent holen. Na, kleine Schweinchen. Alles klar. Äh. Ach ne, jetzt sind wir da weg. Äh. Wo hatte ich denn den Soulcent her? Den hatte ich doch, glaube ich. Ach, Kobold und Ardard gibt es auch. Ja, klar gibt es das. Ist ja auch von Tinkas Construct. Aber das können wir, da brauchen wir Clay und sowas für. Sand. Und Gravel. Wo? Da hinten ist Glowstone. Glowstone brauche ich eigentlich nicht. Schade, dass es kein Nether-Oars gibt. Schade. Weil sonst würde ich mich rotztrocken gucken, dass ich hier Kupfer und Dingens finde. Kupfer und Zinn. Aber leider ist das nicht hier drauf. Ups. Da ist nämlich nochmal Kobold. Sag mal, gibt es hier irgendwo vielleicht ein bisschen Soulcent? Oder was ist los? Wo habe ich denn den hergehabt? Au. Hat steht von hier irgendwo? Gott. Ja. Bring mir aber auch nicht viel, weil ich keine Schmiede kriege. Gerade. Höchst unwahrscheinlich. Das ist nur Lava. Hier oben kann man noch hoch. Was haben wir hier? Guten Tag. Auch kein Soulcent gerade. Na, scheiß drauf. Ich kann mir jetzt eigentlich nur vorstellen, dass das Soulcent ist mit Netherwarzen. Obwohl nocturnal, das könnte auch ein anderes heißen. Da müssen wir jetzt den Bier leiser für haben. Dann könnte man das rausfinden. Wofür oder was die für Blumen brauchen. Aber den haben wir auch noch nicht. Leider. Das ist jetzt auch gerade egal. Kann natürlich auch sein, dass das Biom falsch ist. Obwohl, kann normalerweise nicht. Dann wird der Anzeichen. Tag. Keule. Alles klar. Jetzt fällt mir nur gerade was ein. Ach, der ist aber da durchgegangen. Alles klar. Ich habe nicht gesagt. So, wieder raus da. Das wird jetzt natürlich problematisch. Ähm, hier. Das wird jetzt natürlich problematisch, das selbst zu züchten, muss ich sagen. Weil das ist nicht einfach. Muss ich, sage ich schon mal von vornherein. Das ist nicht einfach, das selber zu züchten. So, da haben wir den Nächsten fertig. Wir können, ich würde sagen, wir nehmen uns wieder Industrial. So, und als nächstes kommt Stringy. Stringy ist ein bisschen schwieriger zu kriegen. Da braucht man nämlich, glaube ich, auch schon die nächste Biene. Dilligent, genau, Unvary oder Dilligent. Und Dilligent kriegen wir halt mit Common oder Cultivated. Oder mit beiden. Ja. Da brauchen wir jetzt erstmal eine Cultivated. Die werden wir jetzt sogar haben. Aber eine Cultivated Drohne leider nur. Ist natürlich jetzt nicht so toll. Aber wir haben noch eine Common Princess. Hä? Hä? Ach so, haben wir gerade gekriegt. Schön. Gut. Dann können wir Common und Cultivated jetzt mal durchjagen. Und hoffen, dass wir eine Dilligent kriegen. Sehr schön. Wir haben Common und Cultivated gekriegt. Wir brauchen jetzt eine Dilligent, um Stringy Coms zu kriegen. So, dann haben wir hier schon mal etwas dickere Sachen. Was schon mal gut ist. So, Stringy. Wie gesagt, da kriegen wir dann sogar auch Common und Cultivated. Sowie die Genetic-Dinger. Dann ist dann das nächste, was wir brauchen. Problem ist natürlich, wir bräuchten. Warte mal, wir brauchen. Warte, für die Industrious brauchen wir doch Unvary und Diligent. Industrious, ne? Genau. Diligent ist Common und Cultivated. Das müsste anders... Ne, das ist Diligent und Cultivated. Schade. Common und Cultivated muss ich sowieso nochmal durchjagen. Pass auf, dann geh du mal weg. Common und Cultivated muss ich sowieso nochmal durchjagen. Pass auf, dann machen wir Calte, Verte und Common jetzt. So rum, weil dann haben wir von jedem noch einen über. So. Passt. Du gehst mal da rein. Das ist eine Queen. Das ist eine Queen. So, ein bisschen vernünftig machen hier. So, da haben wir noch das. Wir haben noch ein paar Coms über. So. Ein Frame aber auch noch über, warum auch immer. Wir haben noch eine... Ach, wir haben ja noch zwei Aperies. Uh, wir brauchen keinen Strom mehr. Doch, wir könnten da hinten noch einen Strom hin machen. Ha, ha, ha. Wir haben ja noch zwei. So. Sieht dann irgendwie aus hier. Haben wir noch eine Blume? Haben wir keine Blume mehr? Wollte schon sagen. Gib mir eine Blume, du. Obwohl ich bin auch doof. Wir haben noch eine Blume. Okay, tun wir wieder weg. Tja. Wir haben ja eine Blume. So. Pass mal auf. Wir können mich hier... Schau, das können wir nicht. Wir können nur ein bisschen... Ach ne, wir können ja hier hin tun. Ha, ha, ha. Sollte eigentlich reichen. Vom Strom her. No Queen. Ist mir schon klar. Pass auf, dann machen wir so. Und so. So, sowie so. So und so. Und dann tun wir nämlich die beiden Queens... Ach, scheiße. Das eine ist Rocky. Dann machen wir die Rocky hier rein. Das sollte funktionieren. Und da haben wir die Forest rein. Zack, zack, zack. Und dann haben wir hier noch ein Blümchen hin. Und fertig. So. Dann kannst du nämlich da durchjagen. So, hier ist die Common. Pinze ist jetzt rausgekommen. Das ist natürlich scheiße. Scheiße. Ist natürlich nicht das, was ich wollte. Was da jetzt rausgekommen ist. Warte, haben wir noch irgendwo einen Livespawen drin? Da. Ach, der ist hier drin. Ne, warte, der ist auch richtig. Da muss der rein. So. Wir müssen natürlich jetzt hoffen, dass das die Prozentzahl klappt. Das sind meist nur irgendwie 10% oder so eine Scheiße. Wo das dann die nächste Stufe der Evolution gibt. Sagen wir mal so. So, ich hol mir jetzt mal so eine Schokoladebar rein. Cherry Coconut. So, warten wir noch das hier ab. Gucken, ob da einer rauskommt. Vielleicht eine Diligent. Oder eine Unvery. Diligent wäre natürlich cool. Muss ich sagen. Und da ist keine Diligent rausgekommen. Aber wenn es eine kalt, wird der Drone wieder. Ja, das kann, ist ein bisschen schwierig. Das ist wirklich schwierig. Es gibt, weiß ich gar nicht, ob es eigentlich Upgrades gibt, die das erhöhen. Die Prozentsahl. Das weiß ich gerade nicht. Kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht. Also von dem glaube ich nicht. Von diesem, von den Industrial APIs glaube ich nicht. Es gibt Frames, die das erhöhen. Bei normalen APIs in B-Houses. B-Houses geht ja sowieso nicht. Aber bei normalen APIs, das gibt es. Das kann ich euch sagen. Die gibt es auf jeden Fall. Da gibt es Frames, die das können. Ich glaube um 20% oder so. Ich glaube das höchste oder 30. Irgendwie sowas. Irgendwie ist es auf jeden Fall das höchste. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war. Und dann, wie gesagt, dann hat man dann statt 12% hat man dann, keine Ahnung, 30% oder sowas. Das ist dann die, die, eine der höchsten Chancen, die man haben kann. Denn das ist auch immer ein Glücksspiel. Ob man wirklich dann den höheren kriegt oder nicht, das weiß man wirklich nie. Und wir haben da auch jetzt eigentlich eine nächste, zweite Pflanze gekriegt. Was natürlich cool ist. So und wir haben hier wieder keine rausgekriegt. Jetzt haben wir sogar nur eine Forest Princess wieder rausgekriegt. Ist natürlich scheiße. Pass mal auf, dann machen wir anders. Wir nehmen uns jetzt eine Cultivated und die kommen. Und dann hauen wir so mal rein und dann schauen wir mal. Verdammt, jetzt müssen wir den Kack natürlich versuchen zu breeden. Und das wird schwierig. Dass das funktioniert. Denn, warte, ich kann euch das zeigen. Da sind es 12%, zum Beispiel 10. 60, es geht zu Sinister. Okay, dann 8% gibt es noch für Majestic. Diligent hat nur eine Chance von 10%. Das sind alles so Sachen, das muss man natürlich erstmal schaffen. Und schon wieder keine. Aber wieder eine Cultivated, immerhin. Ja, und das ist jetzt die Sache. Wir müssen jetzt so lange warten, bis wir die Diligent haben. Oder die Unvery, eins von beiden. Weil sonst kriegen wir keine Stringy Comps. Problem ist natürlich, wir müssen dann auch noch eine Drohne davon haben. Wir müssen beides haben. Eine Drohne und eine Prinzessin am besten. Weil sonst kann leider ein anderes Merkmal wieder oder eine andere Spezies wieder überhand kriegen bei den Genen oder whatever. Wow, da haben wir schon 6 Stück, ey. Geil. Auch nichts. Aber diesmal noch kommen und... Ähm... Na, gibt das Herdo. So. Leider auch nicht. Wir könnten natürlich jetzt noch eine dritte versuchen, aber... Was kann man eigentlich aus den Red Queens machen? Kann man auch was machen? Eigentlich? Zeig mal. Ja. Ah, da werden die anderen Farben dann draus gemacht. Okay. Purple und sowas. Alles. Okay, okay, okay. Geh, liegt nahe, ne? Aber wir hätten fast schon genug Dinger dafür, weil ich glaube, wir machen 32. Naja, gut. Aber ich werde die Folge jetzt erstmal beenden. Und wie immer sage ich es euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, wir sind es beim nächsten Mal bei einer Runde. Be happy. Tschüssi.